Zero wächst als Kind kurdischer Eltern Anfang der 80er Jahre direkt an der syrisch-türkischen Grenze auf. Zu einer Zeit des anschwellenden Nationalismus und Antisemitismus des Regimes von Hafiz al-Assad, dem Vater des aktuellen syrischen Präsidenten. Als ein neuer Lehrer an seine Dorfschule kommt, kann aber selbst Zero sich der Propaganda nicht ganz entziehen, obwohl seine netten Nachbarn jüdisch sind. Regisseur Manu Khalil erzählt mit Nachbarn seine eigene Kindheitsgeschichte und fängt über die gewählte Kindperspektive, die Ungewissheit des Umbruchs und die Aussichtslösigkeit sehr stimmungsvoll ein. Und obwohl Zero als Kind nicht immer alles versteht, zeigt Khalil genug für einen tiefen Einblick in Zeros Familie, aber auch die der jüdischen Nachbarn. Khalil schaffte so den großen Konflikt ins kleine, konkrete und zwischenmenschliche zu verlagern. Und das sehr empathisch und mit Gespür für stimmige Bilder.